Auf dem Video sind auch Luftangriffe auf eine Gruppe von Kämpfern, die auf die US-Hubschrauber geschossen haben, zu sehen. Fotos zeigen zudem das Anwesen vor und nach dem US-Militäreinsatz. Die US-Streitkräfte hatten das Gebäude zum Ende des Einsatzes mit Bomben dem Erdboden gleichgemacht. Das Anwesen habe danach ausgesehen wie ein Parkplatz mit großen Schlaglöchern, sagt General Kenneth McKenzie, der Kommandant des US-Zentralkommandos CENTCOM, am Mittwoch. Vorjournalisten nennt McKenzie auch weitere Details zu dem Einsatz und dem Tod von Bagdadi. Zu Bagdadis letzten Momente, es ist folgendermaßen gewesen. Er ist mit zwei kleinen Kindern in ein Loch gekrochen und hat sich in die Luft gesprengt, während Teile seiner Gefolgschaft am Boden liegen geblieben sind. Daraus kann man schließen, was er für ein Mensch gewesen ist. So ist es gewesen, andere Meldungen dazu kann ich nicht bestätigen. So seien zwei Kinder getötet worden, als ich al-Baghdadi mit einer Sprengstoffweste in die Luft gejagt habe. Nichts drei, wie es US-Präsident Donald Trump darstellte. Angaben des Präsidenten, wonach der IS-Anführer wimmernd und weint und schreiend in einen Tunnel gerannt sei, bestätigt der General nicht. Trump hat am Sonntag al-Baghdadis Tötung bei einem US-Einsatz in Nordsyrien verkündet. Nach dem Anführer der Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat hatten die USA jahrelang gefahndet. Er galt als der meistgesuchte Mann der Welt. Al-Baghdadi hat im Juli 2014 ein Kalifat in Syrien und im Irak ausgerufen, in dem zeitweise mehrere Millionen Menschen lebten.